Herzlich Willkommen zur 81. Folge Analysis für Ingenieure. In der letzten Folge hatten wir uns mit dem Sinus-Hyperbolicus und dem Cosinus-Hyperbolicus beschäftigt und in dieser Folge wollen wir noch die zwei fehlenden Funktionen, nämlich den Tangens-Hyperbolicus und den Cotangens-Hyperbolicus einführen. Und das mache ich hier am besten wieder durch eine Definition. Der Tangens-Hyperbolicus Und der Cotangens-Hyperbolicus Und den bezeichnen wir durch Cotangens-H sind definiert durch die folgenden Abbildungen Und zwar der Tangens-Hyperbolicus ist eine Abbildung aus der Menge der reellen Zahlen in die Menge der reellen Zahlen, wobei jedem x zugeordnet wird, Tangens-Hyperbolicus von x. Und der ist genauso definiert wie bei den trigonometrischen Funktionen, nämlich durch Sinus-Hyperbolicus an der Stelle x dividiert durch Cosinus-Hyperbolicus an der Stelle x. Und der Cotangens-Hyperbolicus ist eine Abbildung aus der Menge r, aber ohne die Null. Die Null dürfen wir nämlich nicht hier einsetzen. Warum, werde ich gleich sagen. Das ist also, dort wird also jedem x zugeordnet Cotangens-Hyperbolicus an der Stelle x. Und der Cotangens ist definiert genauso wie bei den trigonometrischen Funktionen. Hier halt durch Cosinus-Hyperbolicus an der Stelle x dividiert durch Sinus-Hyperbolicus an der Stelle x. Warum hier jetzt die Null aus dem Definitionsbereich ausgeschlossen wurde, das liegt ganz einfach daran, weil der Sinus-Hyperbolicus an der Stelle x gleich Null eine Nullstelle hat. Das hatten wir im letzten Video gesehen. Und da wir ja nicht durch Null dividieren dürfen, müssen wir halt die Zahl x gleich Null aus dem Definitionsbereich ausschließen. Für diese beiden hyperbolischen Funktionen gibt es wieder eine ganze Reihe von Eigenschaften. Und einige dieser Eigenschaften, die möchte ich hier als Satz zusammenfassen. Für Tangens-Hyperbolicus und den Cotangens-Hyperbolicus gelten folgende Aussagen. Und zwar die erste Aussage bezieht sich auf die Symmetrie dieser Funktion. Und zwar gilt Tangens-Hyperbolicus von minus x ist dasselbe wie minus Tangens-Hyperbolicus von x. Und das gilt für alle x aus dem Definitionsbereich dieser Tangens-Hyperbolicus-Funktion. Das heißt also, die Tangens-Hyperbolicus-Funktion ist ungerade, genauso auch wie ja trigonometrisches Pardon. Der Tangens war ja auch ungerade. Und der Cotangens-Hyperbolicus an der Stelle minus x liefert minus den Cotangens-Hyperbolicus an der Stelle x. Und das gilt wieder für alle zulässigen Zahlen aus dem Definitionsbereich dieser Funktion. Auch die Cotangens-Hyperbolicus-Funktion ist, wie Sie sehen, ungerade. Und die zweite Aussage, die bezieht sich jetzt auf die Ableitung dieser Funktion. Wenn Sie den Tangens-Hyperbolicus ableiten wollen, ergibt sich entweder 1 dividiert durch Cosinus h² von x oder aber, Sie können dafür auch schreiben, das ist 1 minus Tangens-Hyperbolicus-Quadrat von x. Und das gilt auch wieder für alle x-Elemente der reellen Zahlen. Sie sehen also auch hier die Vervantschaft zum trigonometrischen Tangens. Dort lautete das ja auch so, der Tangens abgeleitet war 1 durch Cosinus h², aber der Tangens abgeleitet war 1 plus Tangens h² von x. Und hier haben wir halt ein Minus stehen. Aber trotzdem ist hier eine Ähnlichkeit zu erkennen. Wenn Sie den Cotangens-Hyperbolicus ableiten, erhalten Sie minus 1 dividiert durch Sinus-Hyperbolicus-Quadrat von x. Und das kann man schreiben als 1 minus Cotangens-Hyperbolicus-Quadrat von x. Auch das gilt wieder für alle zulässigen Zahlen aus dem Definitionsbereich. Auch hier sehen Sie die Verwandtschaft zum trigonometrischen Cotangens. Dort lautet die Formel ja ähnlich, nämlich Cotangens abgeleitet war minus 1 durch Sinus-Quadrat von x. Allerdings die rechte Seite 1 minus Cotangens h² stimmt nicht ganz überein. Und die dritte Eigenschaft, die wir noch betrachten wollen, bezieht sich jetzt auf den Wertebereich dieser beiden Funktionen. Der Wertebereich der Tangens-Hyperbolicus-Funktion ist das offene Intervall von minus 1 bis 1. Und der Wertebereich für die Cotangens-Hyperbolicus-Funktion ist gerade die Menge der reellen Zahlen ohne das abgeschlossene Intervall von minus 1 bis 1. Und viertens schließlich noch, die vierte wichtige Eigenschaft, Tangens-Hyperbolicus ist auf R streng monoton wachsend. Und zweitens der Cotangens-Hyperbolicus ist auf R plus streng monoton in diesem Fall fallend. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Eigenschaften, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte. Sie können sie, wenn Sie möchten, die weiteren Eigenschaften nachlesen in dem zu diesem Video begleitenden Lehrbuch. Wir wollen uns jetzt vielmehr mit dem Beweis dieses Satzes mal befassen. Der Beweis ist mit Ausnahme der dritten Aussage sehr einfach. Sie brauchen das einfach nur nachrechnen, sage ich mal. Fangen wir mal an mit der ersten Eigenschaft zu 1. Was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass die Tangens-Hyperbolicus-Funktion ungerade ist. Wir benutzen zunächst erstmal für den Tangens-Hyperbolicus die Definition. Das ist der Sinus-Hyperbolicus bei uns jetzt an der Stelle minus x dividiert durch Cosinus-Hyperbolicus an der Stelle minus x. In der letzten Folge hatte ich Ihnen gezeigt, dass der Sinus-Hyperbolicus selbst ungerade ist. Das heißt, für Sinus-Hyperbolicus von minus x gilt, dass es minus Sinus-Hyperbolicus von x und der Cosinus-Hyperbolicus-Funktion, die Cosinus-Hyperbolicus-Funktion, die selbst ist wieder gerade. Auch das wurde im letzten Video hergeleitet, sodass wir hier schließlich haben Minus-Tangens-Hyperbolicus von x. Bei dem Cosinus-Hyperbolicus gehen wir jetzt im Prinzip genauso vor. Wir benutzen zunächst einmal die Definition des Cosinus-Hyperbolicus. Jetzt müssen wir allerdings die Stelle minus x betrachten durch Sinus-Hyperbolicus von minus x und wir berücksichtigen wieder das Symmetrieverhalten der beiden Funktionen. Da Cosinus-Hyperbolicus gerade ist, erhalten wir hier Cosinus h von x im Zähler. Sinus h ist ungerade, also minus Sinus h von x. Das liefert also, wie Sie sofort sehen, minus Co-Tangens-Hyperbolicus von x. Die zweite Aussage, die wir jetzt zeigen wollen, sind die Ableitungsregeln. Auch die lassen sich leicht berechnen zu 2. Wir wollen also die Ableitung bestimmen von Tangens-Hyperbolicus von x. Dazu benutzen wir zunächst einmal die Definition der Tangens-Hyperbolicus von x durch Cosinus h von x und das müssen wir ableiten. Dazu benötigen wir die Quotientenregel. Diese schreibe ich hier vielleicht noch einmal hin. u durch v abgeleitet gibt Zähler abgeleitet mal Nenner hingeschrieben minus Zähler hingeschrieben mal Nenner abgeleitet dividiert durch den Nenner hoch 2. Diese Regel werden wir jetzt hier verwenden. Wenn Sie den Zähler ableiten, erhalten Sie aus Sinus-Hyperbolicus wird ja Cosinus-Hyperbolicus von x. Das hatten wir, wie gesagt, im letzten Video auch bewiesen. Mal den Nenner, also nochmal Cosinus h von x minus den Zähler hingeschrieben, das gibt Sinus h von x und den Nenner abgeleitet, Cosinus h abgeleitet, liefert wieder Sinus h von x. Wenn Sie das jetzt nicht mehr wissen, ich schreibe das hier vielleicht noch einmal hin ganz kurz. Also Cosinus h von x abgeleitet liefert Sinus h von x und Sinus h abgeleitet liefert gerade Cosinus h von x. Wie gesagt, diese beiden Regeln wurden im letzten Video bewiesen. So, dann müssen wir noch dividieren durch Cosinus hyperbolicus Quadrat von x. Nun können wir den Zähler noch etwas zusammenfassen. Das liefert ja Cosinus h Quadrat von x minus Sinus h Quadrat von x dividiert durch Cosinus h Quadrat von x. Und nach den Rechenregeln der Bruchrechnung können Sie diesen Bruch jetzt aufspalten in Cosinus h Quadrat durch Cosinus h Quadrat, das gibt gerade 1, minus Sinus h Quadrat durch Cosinus h Quadrat und das können wir mithilfe der Rechenregeln der Potenzrechnung auch schreiben als Sinus h durch Cosinus h hoch 2. Und das liefert dann gerade 1, minus Tangens hyperbolicus Quadrat von x. Wenn Sie jetzt noch bedenken, im letzten Video hatten wir gezeigt, dass für die hyperbolischen Cosinus und Sinus Funktionen folgende Regel gilt. Cosinus h Quadrat von x minus Sinus h Quadrat von x war gerade 1, weil diese beiden Funktionen gerade die Gleichung der Hyperbe erfüllen. Auch das wurde im letzten Video ausführlich hergeleitet und demonstriert. Das heißt also, wir können für diesen Zähler, der hier steht, ja, vielleicht nicht für den, betrachten wir mal den nächsten Bruch, dort steht ja gerade Cosinus Quadrat h minus Sinus Quadrat h, das ist der 1, sodass die Ableitung hier auch 1 dividiert durch Cosinus h Quadrat von x sein muss. Beides sind also dieselben Ableitungen. Welche Ableitungen Sie benutzen, das bleibt Ihnen im Prinzip überlassen und das hängt auch im Prinzip von der Aufgabenstellung ab. Wenn Sie sich noch erinnern, wenn Sie den Tangens ableiten, also den trigonometrischen Tangens, dort kam auch gerade als Ableitung 1 dividiert durch Cosinus Quadrat x raus. Aber nicht 1 minus Tangens Quadrat x, sondern 1 plus Tangens Quadrat x. Also die Ableitung unterscheidet sich hier ein klein wenig durch das Minuszeichen hier hinten. Genauso gehen wir jetzt vor für die Cotangens Hyperbolicus-Funktion. Auch dafür benutzen wir zunächst einmal die Definition, also Cosinus h dividiert durch Sinus h von x und wir wollen das ableiten. Auch hierfür benutzen wir wieder die Quotientenregel. Das heißt, ich ziehe jetzt vielleicht erstmal einen langen Bruchstrich, den Nenner zum Quadrat, den kann ich schon mal hinschreiben, liefert Sinus h Quadrat. Dann den Zähler, den Zähler ableiten, aus Cosinus h wird Sinus h mal den Nenner, also wieder Sinus h minus den Zähler hingeschrieben, liefert Cosinus h mal den Nenner abgeleitet und Sinus h abgeleitet, liefert wieder Cosinus h von x. Dann können Sie diese Brüche wieder aufspalten, wie Sie sehen. Wir haben hier Sinus h Quadrat durch Sinus h Quadrat, das liefert gerade 1 und dann haben wir noch Cosinus h Quadrat, das schreibe ich als Cosinus h von x, durch Sinus h Quadrat schreibe ich Sinus h von x und das Hoch 2 setzen wir wieder nach außen hin, so dass wir hier halten 1 minus Co-Tangens h Quadrat an der Stelle x. Nun betrachten wir hier wieder mal den Zähler, hier steht ja Sinus h Quadrat minus Cosinus h Quadrat und wenn Sie die eingerahmte Formel hier oben sich anschauen, dann muss gerade dieser Zähler den Wert Minus 1 ergeben. Und das heißt, diese Ableitung wäre auch gerade Minus 1 dividiert durch Sinus h Quadrat von x. Kommen wir jetzt zur dritten Aussage und die dritte Aussage ist etwas komplizierter nachzuweisen. Dazu schreiben wir vielleicht zunächst uns erstmal hin, Tangens, was wollen wir eigentlich zeigen, vielleicht gucken wir uns das nochmal an, wir wollen zeigen, dass der Wertebereich der Tangens Hyperbolicus Funktion das offene Intervall von minus 1 bis 1 ist. Schauen wir uns erstmal den Tangens Hyperbolicus an. Also Tangens h von x ist ja per Definition Sinus h von x dividiert durch Cosinus h von x. Und im letzten Video hatten wir definiert, was wir unter Sinus h überhaupt verstehen wollen. Das war nämlich e hoch x minus e hoch minus x dividiert durch 2 und Cosinus h von x war definiert als e hoch x plus e hoch minus x dividiert durch 2. Und diesen Doppelbruch, den können Sie nur noch etwas vereinfachen, indem Sie hier das alles mit dem Kehrwert mal nehmen. dann erhalten Sie letztendlich e hoch x minus e hoch minus x durch e hoch x plus e hoch minus x. Und was wir jetzt zunächst zeigen werden ist, dass diese Tangens Hyperbolicus Funktion beschränkt ist. Dazu betrachten wir einmal e hoch x minus e hoch minus x und dieser Ausdruck ist sicher kleiner als e hoch x plus e hoch minus x. Denn wenn Sie sich noch mal erinnern an die Exponentialfunktion, die ich hier noch mal hinzeichne, die Exponentialfunktion hat ungefähr dieses Aussehen hier. Das ist also der Graph der Exponentialfunktion, den ich hier gemalt habe. Und Sie sehen, egal welches Argument Sie auch einsetzen, die Exponentialfunktion liefert nur positive Funktionswerte. Und da auf der linken Seite der Ungleichung ein Minuszeichen steht, muss die linke Seite offensichtlich immer kleiner sein als die rechte Seite. Wir können jetzt diese ganze Ungleichung dividieren durch den positiven Ausdruck e hoch x plus e hoch minus x. Der Ausdruck ist sicher positiv, weil ja die Exponentialfunktion nur positive Funktionswerte liefert. Dann bleibt das Ungleicherzeichen zunächst einmal von der Richtung her erhalten und wir erhalten dann auf der linken Seite e hoch x minus e hoch minus x dividiert durch e hoch x plus e hoch minus x. Und das ist ja gerade wieder unser Tangens Hyperbolicus von x. Also der Tangens Hyperbolicus von x muss uns Funktionswerte liefern, die offensichtlich alle kleiner sind als 1. Jetzt betrachten wir nochmal einen Ausdruck, nämlich minus e hoch x minus e hoch minus x. Und dieser Ausdruck muss kleiner sein als e hoch x minus e hoch minus x. Und wir können auf der linken Seite nun zunächst einmal eine 1 ausklammern. Das liefert uns dann minus 1 mal e hoch x plus e hoch minus x. Und das muss kleiner sein als e hoch x minus e hoch minus x. Das ist also eine äquivalente Umformung, genauso wie hier. Okay. Und ich kann jetzt auch diese Ungleichung dividieren durch den Ausdruck e hoch x plus e hoch minus x. Der ist ja positiv auf jeden Fall. Und das bedeutet, minus 1 ist sicher kleiner als e hoch x plus e hoch minus x dividiert durch e hoch x plus e hoch minus x. Und das ist ja gerade wieder der Tangens Hyperbolicus von x. Wir haben hier also gesehen, dass der Tangens Hyperbolicus offensichtlich beschränkt ist. Also erhalten wir hier insgesamt, es gilt offensichtlich, minus 1 ist kleiner als der Tangens Hyperbolicus von x und der selbst ist wieder kleiner als plus 1. Das halten wir hier schon einmal fest. Also sämtliche Funktionswerte des Tangens Hyperbolicus müssen zwischen minus 1 und plus 1 liegen. So, nun betrachten wir mal den Grenzwert und zwar den Limes x gegen unendlich von Tangens Hyperbolicus von x. Und das wäre ja gerade Limes x gegen unendlich und nun können wir auch die e-Funktion dafür hinschreiben. Der Tangens Hyperbolicus lässt sich ja schreiben als e hoch x minus e hoch minus x dividiert durch e hoch x plus e hoch minus x. Und der Trick besteht jetzt darin, wir klammern jetzt im Zähler und im Nenner jeweils das e hoch x einmal aus. Dann bleibt im Zähler übrig 1 minus e hoch minus 2x, denn wenn Sie das wieder ausmultiplizieren, erhalten Sie gerade wieder den Zähler von dem Bruch davor. Und im Nenner klammern wir ebenfalls e hoch x aus, das gibt dann 1 plus e hoch minus 2x. Nun können wir das e hoch x im Zähler und im Nenner zunächst einmal kürzen und wir werden jetzt den Grenzwert bestimmen. Wir wissen, die Exponentialfunktion strebt ja für kleine Werte gegen 0 und wenn wir hier x gegen unendlich laufen lassen, hätten Sie hier im Zähler und Nenner e hoch minus unendlich im Prinzip stehen, sodass hier 1 dividiert durch 1 rauskommt. Das heißt, 1 wäre der Grenzwert. Betrachten wir jetzt noch einmal den Nimes x gegen minus unendlich von Tangens hyperbolicus von x. Den brauchen wir im Prinzip aber gar nicht ausrechnen, weil wir ja wissen, dass die Tangensfunktion, das hatten wir unter dem ersten Punkt gezeigt, dass die Tangens hyperbolicusfunktion ungerade ist. Dann muss hier offensichtlich gerade minus 1 rauskommen, aufgrund dessen, weil die Tangens hyperbolicusfunktion punktsymmetrisch ist. Und insgesamt ergibt sich jetzt hier also, wir wissen, der Tangens hyperbolicus ist beschränkt zwischen minus 1 und plus 1 und der Grenzwert ergibt 1 beziehungsweise minus 1. Also können wir jetzt hier herausfolgern, dass der Wertebereich von Tangens hyperbolicus das offene Intervall von minus 1 bis 1 sein muss. So, jetzt beschäftigen wir uns noch mit dem Co-Tangens. Ah ja, wir müssen vielleicht dazu noch sagen, warum ist das so? Und zwar ist es ja so, dass die Sinus hyperbolicusfunktion und die Cosinus hyperbolicusfunktion, beide sind sie stetig. Und das bedeutet, dass auch die Tangensfunktion stetig ist. Und daraus können wir halt schließen, dass der Wertebereich auf jeden Fall nur in diesem offenen Intervall von minus 1 bis 1 liegen kann. Wir betrachten jetzt als nächstes die Co-Tangensfunktion und wollen auch von der den Wertebereich bestimmen. Für die Co-Tangensfunktion, Co-Tangens h genauer genommen, können wir schreiben, das ist ja Cosinus h, oder ja, ist im Prinzip 1 dividiert durch Tangens h von x. Das ist ja gerade der Kehrwert. Und das würde dann ergeben, das ist e hoch x plus e hoch minus x dividiert durch e hoch x minus e hoch minus x. Und wir betrachten jetzt für diese Funktion nur positive x-Werte, also sei x irgendeine beliebige reelle positive Zahl. Dann betrachten wir zunächst einmal folgende Ungleichung. e hoch x plus e hoch minus x ist sicher größer als e hoch x minus e hoch minus x. Da wir ja auf der rechten Seite ein Minuszeichen haben, muss die rechte Seite sicher kleiner sein als die linke Seite, weil wir ja wissen, dass die Exponentialfunktion nur positive x-Werte liefern kann. Wenn wir uns jetzt die rechte Seite nochmal genau anschauen und vielleicht nochmal uns vor Augen halten, wie die Exponentialfunktion aussieht, die male ich hier nochmal kurz einmal hin, wenn Sie dieser Ausdruck, der rechte Ausdruck e hoch x minus e hoch minus x ist sicher eine positive Zahl hier. Das muss größer als 0 sein, denn wenn Sie ein, wir haben ja vorausgesetzt, dass x e und e positiv ist, das heißt, wenn Sie eine positive Zahl betrachten, kriegen Sie als Funktionswert für die Exponentialfunktion einen Wert raus, der größer als 1 ist und betrachten Sie jetzt e hoch minus x, dann sind Sie bei einer Zahl x, die kleiner als 0 ist und dann sehen Sie hier an diesem Graphen, dass der Funktionswert kleiner als 1 sein muss. Also eine Zahl, die größer als 1 ist, minus eine Zahl, die kleiner als 1 ist, ist sicher positiv und das bedeutet, wir können diese Ungleichung auf beiden Seiten durch den positiven Term e hoch x minus e hoch minus x dividieren, ohne dass sich das Ungleicherzeichen umdreht und dann erhalten wir auf der linken Seite e hoch x plus e hoch minus x dividiert durch e hoch x minus e hoch minus x und das ist ja gerade der Cotangens Hyperbolicus von x. Was wir jetzt noch betrachten, wir wissen also, der Cotangens Hyperbolicus ist zumindest für positive x-Werte immer größer als 1 und wir betrachten jetzt vielleicht noch einmal den Grenzwert, was passiert für x gegen unendlich von Cotangens Hyperbolicus von x. Ja, dafür in den Cotangens Hyperbolicus können wir zunächst einmal die e-Funktion alle einsetzen, dann erhalten wir also e hoch x plus e hoch minus x dividiert durch e hoch x minus e hoch minus x. Und wir klammern auch hier im Zähler und im Nenner zunächst einmal wieder e hoch x aus. Dann erhalten wir im Zähler e hoch x mal 1 plus e hoch minus 2x dividiert durch e hoch x mal 1 minus e hoch minus 2x. e hoch x hebt sich nun im Zähler und im Nenner raus, das kürzt sich sozusagen und e hoch minus 2x geht für x gegen unendlich gegen 0, sodass hier eigentlich nur noch 1 durch 1, also 1 übrig bleibt. Also für x gegen unendlich strebt oder ja, strebt die Cotangens Hyperbolicus-Funktion zu dem Grenzwert 1. Und was wir jetzt noch betrachten wollen, ist der zweite Grenzwert, nämlich x gegen 0 von der positiven Seite. Denn bedenken Sie, wir haben ja vorausgesetzt, x soll größer als 0 sein, deswegen müssen wir hier hinschreiben 0 plus. Also wir betrachten jetzt den Grenzwert, den sogenannten rechtsseitigen Grenzwert dieser Funktion. Auch hier benutzen wir wieder die Darstellung mit den Exponentialfunktionen zunächst einmal und klammern hier wieder aus. Allerdings hier klammern wir jetzt e hoch minus x aus und das liefert dann lieben es x gegen unendlich von e hoch minus x mal und was bleibt dann übrig? e hoch 2x plus 1. Denn wenn Sie den Zähler wieder ausmultiplizieren, haben Sie gerade wieder den Zähler von dem Bruch davor. Und im Nenner halten wir dann e hoch 2x minus 1. So hier lässt sich e hoch minus x im Zähler und im Nenner wieder kürzen zunächst einmal und wenn Sie jetzt x gegen ja was habe ich hier gemacht? Einen Schreibfehler 0 plus soll das natürlich hier heißen. Der Grenzwert läuft gegen x gegen 0 plus. Setzen Sie das nun ein. 0 plus das bedeutet im Zähler hätten Sie e hoch 0 im Prinzip stehen plus 1 ja das gibt eine 2. Aber wir wissen wenn Sie sich der Exponentialfunktion von der rechten Seite der Null nähern nähert sich der Funktionswert gegen 1. Und das bedeutet wir haben im Nenner im Prinzip eine 0 stehen und zwar eine positive 0 weil e hoch 2x ist eine positive 1 sozusagen denn Sie nähern sich ja von der rechten Seite und das heißt wir haben also 2 geteilt durch eine positive 0 und das würde dann plus unendlich ergeben. Das heißt also wir haben gezeigt die Cotangentshyperbolikus Funktion ist größer als 1 für alle Funktionswerte also positiven Funktionswerte und die Grenzwerte einmal gegen unendlich erhalten wir 1 und gegen 0 von der positiven Seite erhalten wir unendlich. Da nun die Sinusfunktion die Sinushyperbolikus Funktion und die Cosinushyperbolikus Funktion beide stetig sind ist auch die Cotangentshyperbolikus Funktion stetig und wir können daraus folgen jetzt aus diesen Resultaten dass der Wertebereich der Cotangentshyperbolikus Funktion sämtliche reelle Zahlen annimmt außer das Intervall von minus 1 bis 1 denn bedenken Sie wir haben ja noch einen Fall hier ausgelassen nämlich der Fall dass x kleiner 0 ist den brauchen wir aber gar nicht zu untersuchen denn wir wissen ja die Cotangentshyperbolikus Funktion ist ja ungerade und das würde bedeuten also ich schreibe das vielleicht nochmal hin sei jetzt x kleiner als 0 dann könnte ich sofort hinschreiben Limes x gegen minus unendlich von Cotangentshyperbolikus von x muss dann gerade minus 1 ergeben und Limes x gegen 0 von der linken Seite ja hier kam oben plus unendlich raus hier muss dann minus unendlich rauskommen und für diese Ungleichung gilt entsprechendes Cotangentshyperbolikus von x muss für negative x dann kleiner als minus 1 sein deswegen können wir also sagen dass der Wertebereich der Cotangentshyperbolikus Funktion alle reellen Zahlen sind ohne die 0 so jetzt wollen wir noch den letzten Punkt uns anschauen der letzte Punkt was war das überhaupt noch der vierte Punkt war dass Tangentshyperbolikus auf R streng monoton wachsend ist und der Cotangents auf R plus streng monoton fallend das geht jetzt ziemlich schnell zu beweisen also zu 4 den letzten Punkt wollen wir noch zeigen hier um die Monotonie der Tangentshyperbolikus Funktion nachzuweisen bildet man sinnvollerweise hier erstmal die Ableitung und dazu benutze ich jetzt das was wir im zweiten Punkt bewiesen haben nämlich die Ableitung ist 1 minus Tangentshyperbolikus Quadrat von x und wir haben ja eben gesehen der Tangentshyperbolikus ist ja beschränkt also minus 1 es galt ja minus 1 ist kleiner als Tangentsh von x und selbst Tangentsh ist selbst kleiner als plus 1 da wir das nun quadrieren eine Zahl die zwischen minus 1 und plus 1 liegt wenn sie die quadrieren ist die selbst wieder kleiner als 1 so dass diese Differenz offensichtlich positiv sein muss das heißt wenn die erste Ableitung positiv ist bedeutet das nichts anderes dass Tangentsh streng monoton wachsend ist das habe ich hier mal so abgekürzt betrachten wir jetzt noch den Cotangentshyperbolikus von x abgeleitet Cotangentshyperbolikus abgeleitet ist ja welche ja dann nehmen wir diese Version 1 minus Cotangentshyperbolikus Quadrat von x und wir haben ja gesehen der Cotangentshyperbolikus war für positive x-Werte sicher größer als 1 und für negative x-Werte sicher kleiner als minus 1 so dass das Quadrat sicher größer als 1 sein muss und wenn sie die Differenz hier bilden 1 minus einer Zahl die größer als 1 ist erhalten sie ein negatives Ergebnis und wenn die erste Ableitung negativ ist bedeutet das dass der Cotangentshyperbolikus in unserem Fall streng monoton fallen sein muss mit dieser Erkenntnis können wir jetzt schon recht genau die Graphen ja damit ist der Beweis erstmal beendet das möchte ich hierfür auch nochmal hinschreiben endlich haben wir diesen Satz bewiesen wir beschäftigen uns jetzt damit wie sehen eigentlich die Graphen dieser beiden Funktionen aus das möchte ich hier nochmal hinskizzieren ich male zunächst einmal zwei Koordinatensysteme hier hin und im linken Koordinatensystem möchte ich den Graphen von dem Arcus Tangens hinschreiben dazu male ich mir erstmal zwei Hilfslinien die parallel zur x-Achse liegen und zwar in der Höhe plus 1 und minus 1 wir haben ja gesehen dass die Tangenshyperbolikus Funktionen ja beschränkt war zwischen minus 1 und plus 1 und dass sie ungerade war und wenn sie das Ganze vielleicht noch mit einer Wertetabelle ergänzen würden würden sie ungefähr diesen Graphen herausbekommen der eine gewisse Ähnlichkeit aufweist zum trigonometrischen Arcus Tangens der sah ja ähnlich aus so kann man sich das vielleicht merken betrachten wir jetzt den Graphen der also hier schreibe ich vielleicht nochmal der Vollständigkeit hin das ist der Graphen von Tangenshyperbolikus so und auf der rechten Seite möchte ich den Graphen der Co-Tangenshyperbolikus Funktionen hinzeichnen auch hier male ich mit zwei Hilfslinien in der Höhe 1 und minus 1 und wir haben gesehen dass der Co-Tangenshyperbolikus auch ungerade war und der Grenzwert wenn sie den Grenzwert nochmal sich anschauen wenn wir x gegen 0 laufen lassen kam plus unendlich raus und wenn sie x gegen unendlich laufen lassen strebte diese Funktion gegen 0 so dass sie aufgrund der Symmetrie ungefähr diesen Graphen erhalten das wäre hier also der Graph von Co-Tangenshyperbolikus Wir wollen jetzt abschließend noch zwei Beispiele vielleicht einmal betrachten und zwar einmal wollen wir ein Additionstheorem herleiten oder ein ja berechnen sage ich mal vielleicht lieber Beispiel und zwar zeige die folgende Identität und zwar das Tangenshyperbolikus an der Stelle x plus der Co-Tangenshyperbolikus an der Stelle x sich auch schreiben lässt als zweimal Co-Tangenshyperbolikus von 2x So im letzten Video hatte ich Ihnen zwei Additionstheoreme schon mal hingeschrieben oder bewiesen sogar also es galt Sinushyperbolikus von 2x war gerade zweimal Sinushyperbolikus von x mal Cosinushyperbolikus von x und es galt Cosinushyperbolikus von 2x war gerade Sinushyperbolikus Quadrat von x plus Cosinushyperbolikus Quadrat von x Wie gesagt das wurde im letzten Video gezeigt wenn Sie das jetzt nicht mehr parat haben schauen Sie sich vielleicht noch einmal das letzte Video an So dann können wir jetzt anfangen also Tangenshyperbolikus von x plus Co-Tangenshyperbolikus von x das können wir ja auch schreiben mit unserer obigen Definition für den Tangenshyperbolikus können wir schreiben Sinushyperbolikus von x durch Cosinushyperbolikus von x und für den Co-Tangens können wir schreiben Cosinushyperbolikus von x dividiert durch Sinushyperbolikus von x und im nächsten Schritt suche ich hier den Hauptnenner der lautet Sinushyperbolikus von x mal Cosinushyperbolikus von x Der erste Bruch muss dann erweitert werden mit Sinushyperbolikus von x und dann erhalten wir ein Sinushyperbolikus Quadrat und der zweite Bruch muss erweitert werden mit Cosinushyperbolikus so dass wir ein Cosinushyperbolikus Quadrat erhalten und wenn Sie sich diese beiden Additionstheoremen jetzt mal anschauen insbesondere das zweite hier also dieses dann können wir für den Zähler schon mal schreiben das ist 1 und für den Nenner benutzen wir das erste Additionstheorem das muss offensichtlich ergeben ein halb mal Sinus irgendwas stimmt hier glaube ich nicht das ist natürlich falsch was ich hier oben im Zähler geschrieben habe das ist natürlich der Zähler ist nicht 1 sondern Cosinushyperbolikus an der Stelle 2x und für den Nenner können Sie schreiben das ist ein halb mal Sinushyperbolikus von 2x so die ein halb im Nenner wandert nach oben als 2 und Cosinushyperbolikus von 2x durch Sinushyperbolikus von 2x das ist gerade Cotangens Hyperbolikus von 2x und damit haben wir dieses Additionstheorem für die hyperbolischen Funktionen hier gezeigt betrachten wir noch ein zweites Beispiel da wollen wir allerdings einmal die Ableitung uns anschauen von einer Funktion und das Beispiel soll folgendermaßen lauten wir betrachten die Funktion f und die sei definiert hier von r nach r wobei jedem x aus dem Definitionsbereich hier zugeordnet werden soll folgender Ausdruck nämlich die Wurzel aus 1 plus Tangenshyperbolikus von x dividiert durch 1 minus Tangenshyperbolikus von x und gesucht ist hier f' von x wenn Sie jetzt hier diese Ableitung von dieser Funktion bilden wollten das wird wahrscheinlich relativ kompliziert Sie brauchen einerseits die Ableitung für die Wurzel dann haben Sie hier eine verkettete Funktion der Radikant den können Sie ableiten mit Hilfe der Quotientenregel und für Tangenshyperbolikus haben wir ja eben auch eine Ableitungsregel entwickelt so dass sich hier ein recht komplizierter Ausdruck ergeben wird ich verfahre jetzt hier ganz anders und zwar schaue ich mir das sollten Sie bei den hyperbolischen Funktionen des Öfteren tun ich schaue mir zuerst einmal den Radikanten hier an und für diesen Radikanten kann ich ja zunächst auch einmal die E-Funktionsschreibweise benutzen Tangenshyperbolikus war ja Sinushyperbolikus also E hoch X minus E hoch minus X dividiert durch Cosinushyperbolikus also E hoch X plus E hoch minus X und die zwei kürze ich hier raus dividiert durch 1 minus E hoch X minus E hoch minus X dividiert durch E hoch X plus E hoch minus X dann könnte ich hier zunächst erstmal im Zähler und im Nenner den Hauptnenner bilden das heißt wir halten dann E hoch X plus E hoch minus X plus E hoch X minus E hoch minus X dividiert durch E hoch X plus E hoch minus X dasselbe mache ich jetzt im Nenner das gibt E hoch X plus E hoch minus X minus Klammer auf E hoch X minus E hoch minus X dividiert durch den gemeinsamen Nenner der ist E hoch X plus E hoch minus X und Sie sehen wenn ich das jetzt mit dem Kehrwert mal nehme erhalten Sie im Zähler im Prinzip wenn wir uns das mal genau anschauen dort hebt sich ja gerade etwas heraus nämlich E hoch minus X mit E hoch minus X sodass im Zähler eigentlich nur noch überbleibt 2 mal E hoch X und das sieht doch schon relativ einfach aus wie gesagt beide Nenner heben sich hier gegenseitig auf von diesen Doppelbrüchen und was bleibt dann noch über wenn wir den Nenner nochmal anschauen E hoch X minus E hoch X hebt sich hier raus sodass hier eigentlich nur noch überbleibt 2 mal E hoch minus X nun kürze ich hier die 2 mit der 2 weg und mit den Rechenregeln der Potenzrechnung können Sie hier jetzt schreiben ja das ist nichts anderes wie E hoch X minus minus X und das gibt E hoch 2 X und das bedeutet dann unsere Funktion geht dann offensichtlich über in Wurzel aus diesem Radikanten und der Radikant ist gerade E hoch 2 X und da E hoch 2 X sicher eine positive Zahl ist können wir sofort die Wurzel ziehen das liefert also E hoch 2 X hoch 1 halb mal ganz ausführlich hingeschrieben dann erhalten Sie E hoch X einfach nur noch das heißt unsere zunächst anscheinend kompliziert aussehende Funktion ist in Wirklichkeit eine relativ einfache Funktion nämlich die Exponentialfunktion und wenn Sie davon die Ableitung bilden wollen ja was kommt da raus nämlich E hoch X wieder und schon haben wir die Ableitung gebildet also Sie sollten bei Aufgaben wo hyperbolische Funktionen auftreten vielleicht erst mal einen Blick darauf werfen ob Sie eventuell diese hyperbolischen Funktionen durch die Exponentialschreibweise ersetzen und so den Ausdruck dann erheblich vereinfachen können zu dieser Videoreihe ist ein Übungsbuch erschienen das neben der Theorie aber vor allem eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt besuchen Sie vielleicht doch einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link um einige Seiten dieses Buchs Probe zu lesen und so weiter